Energy Hamburg präsentiert Ihnen drei Unternehmen, die bereits erfolgreich mit Energy Hamburg zusammengearbeitet haben. Was war das Ziel Ihrer Werbung bei Energy Hamburg und sind diese Ziele erreicht worden? In erster Linie wollten wir unseren Bekanntheitsgrad steigern und natürlich neue Kunden gewinnen und das ist uns mit Energy gelungen. Hauptziel war unsere Bekanntheit in Hamburg zu vergrößern oder überhaupt erst mal bekannt zu werden und das geht ja nur durch regelmäßige Werbung. Wie würden Sie den Service, also die Beratung, Produktion, Auftragsabwicklung etc. bei Energy Hamburg beschreiben? Ich finde es einfach gut, es ist unkompliziert, es ist vor allem persönlich und für so kleine Unternehmen wie wir ist das eigentlich das Wichtigste, dass man uns auch wirklich wahrnimmt immer. Der Service ist erstklassig, die Betreuung, monatliche Anfragen, Zufriedenheitsabfragen, also es gibt da nichts zu beanstanden. Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile von Radiowerbung? Überregionaler, einen gewissen Kundenkreis anzusprechen, der vielleicht im Printmedienbereich nicht anzusprechen ist, sprich jüngere Leute. Ein Fakt ist, dass die Leute keine Zeitungen mehr lesen und Radio hört irgendwie jeder, wenigstens morgens beim Aufstehen und durch Radiowerbung erreicht man noch die meisten Leute. Radiowerbung erreicht sich überall, ob im Auto, zu Hause oder in der Firma, also auch eine breite Masse. Radio Energy hat meiner Meinung nach im Vergleich zu allen Sendern in Hamburg das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ist auch für den kleinen und mittelständischen Betrieb eine gute Alternative. Ich kann nur wiederholen, Radiowerbung ist bezahlbar, auch für mittelständische Unternehmen, so wie mein Unternehmen es ist. Sehr gut, weil dieses gesamte Paket eben auch für kleine Werbebudgets bezahlbar ist. Energy, Energy, Energy. Warum würden Sie anderen Firmen die Business-Plus-Mitgliedschaft empfehlen? Das sind zwei Vorteile. Erstmal ist es die Planbarkeit, dadurch auch natürlich Preisvorteil für beide Seiten halt und trotzdem gewisse Flexibilität. Einmal die Regelmäßigkeit und eben dieser hervorragende Preis, viel Ausstrahlung für wenig Geld. Mit der Business-Plus-Mitgliedschaft habe ich die Möglichkeit, mehr Sendezeit zu einem besseren Preis zu bekommen und das auch zu unterschiedlichen Sendezeiten. Das gefällt uns. Energie, Energy, Energy. Radio Nummer 1. Energy, Radio Nummer 1. Energy, Energy Hamburg. Energy, Hit, Hit, Music Only. Energy.